Studierst du in der Schweiz und hast den Wunsch, einen echten Unterschied zu bewirken, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene? Dann bist du hier genau richtig. Wir sind der Verband der Schweizer Studierendenschaften, VSS, UNES, USU. Aber was machen wir genau? Wir sind ein Dachverband von Studierendenorganisationen aus der ganzen Schweiz, die zusammenarbeiten, um deine Rechte zu schützen und deine Bedürfnisse zu vertreten. Wir studieren an Universitäten, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen und eidgenössischen technischen Hochschulen. Vielleicht fragst du dich, wie du dich im VSS engagieren kannst. In unseren Kommission. Hier kannst du dich ohne Vorkenntnisse beteiligen und wirklich etwas bewegen. Die SOLIDJ ist die Kommission für Internationales und Solidarität. Die SOLIDJ arbeitet in drei Hauptgebieten. Internationales, Zusammenarbeit mit der European Student Union, auch ESU, und Solidaritätsarbeit. Wir setzen uns für attraktive Studienmöglichkeiten im Ausland, insbesondere in Europa, ein. Mit der European Student Union, welche Studierende aus über 40 Ländern repräsentiert, setzen wir uns für Studierende in anderen Ländern ein, deren humanitäre Situation schwierig ist. Und du kannst unsere Hilfe aktiv mitgestalten. Bei uns kannst du dich ganz ohne Vorkenntnisse einbringen. Sei es bei Diskussionen in großen Gremien, beim Organisieren von Events oder ganz generell mit Ideen und Wünschen, die dir bei deiner zukünftigen Karriere nützlich sein werden. Engagiere dich jetzt für eine bessere Zukunft an unseren Hochschulen. Kontaktiere uns unverbindlich über info at vss-ünes.ch oder schreib uns auf Social Media an. Wir freuen uns auf dich! Bis zum nächsten Mal.